Radio Heimat. Geschichten von zu Hause. Von Frank Gosen. Teil 1. Land und Leute. Der Currywurstvorfall. Beinahe hätte es mich nicht gegeben. Und Schuld daran war eine Currywurst. In Bochum gibt es das traditionsreiche Lichtspielhaus Union Theater. Irgendwann in den 70ern wurde das in mehrere, zum Teil nur Schuhkartongroße Minikinos aufgeteilt. Und eigentlich müsste man die Geschichte erzählen, wie ich in einem davon Geschlechtsverkehr hatte. Dummerweise ist das nie passiert. Dass ich hier betrunken den vierten Film der Star Trek-Reihe gesehen und viel zu laut gelacht habe, sodass mich andere Zuschauer rausschmeißen wollten, das ist wiederum nicht ganz so weit an der Wahrheit vorbei. Mit dem Union Theater gleichsam untrennbar verbunden ist die legendäre Dönninghaus Currywurstbude, an der es Mitte der 60er Jahre beinahe zu einem Zerwürfnis gekommen wäre, das meine ganze Existenz unmöglich gemacht hätte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im Laufe des Jahres 1964 hatten sich meine Eltern in der Tanzschule Bobby Linden kennengelernt. Die Tanzschule warb damals angeblich auf Bochumer Straßenbahnen mit dem Slogan Tanz mit B.Linden, was von Weitem allerdings aussah wie Tanz mit Blinden. Mein späterer Vater lud meine zukünftige Mutter nach einer Phase des Anstands in ein Café zu Kaffee und Kuchen ein. Man plauderte und fand sich gegenseitig hinreichend nett. Doch als es ans Bezahlen ging, hatte mein Vater angeblich kein Geld dabei, sodass meine Mutter einspringen musste. Die Geschlechterverhältnisse waren noch nicht in jene Phase eingetreten, in der es gesellschaftlich akzeptiert ist, dass die Frau den Mann einlädt, also war meine Mutter nicht sonderlich amüsiert. Mein Vater entschuldigte sich und gelobte Besserung. Vor dem Café verabschiedete man sich und stellte gegenseitig ein weiteres Treffen in Aussicht. Meine Mutter machte noch ein paar Besorgungen, kam irgendwann am Union-Theater vorbei und traute ihren Augen nicht. Der gut aussehende Mann in dem dunklen Anzug, der vorhin behauptet hatte, keinen Pfennig in der Tasche zu haben, vertilgte mit großem Genuss eine Currywurst extra scharf. Meine Mutter stellte ihn zur Rede, es kam zu einem Wortgefecht, in dessen Verlauf mein Vater ziemlich kleinlaut wurde. Noch 20 Jahre später, wenn es auf Familienfeiern etwas lockerer wurde, holte meine Mutter diese Geschichte hervor, um meinen Vater in die Defensive zu bringen. Etwa wenn es darum ging, wer fahren musste und wer noch was trinken durfte. Was meine Mutter dazu bewogen hat, diesen Fauxpas meines Vaters wegzustecken, kann ich nur vermuten. Vielleicht fand sie es für eine spätere Verbindung hilfreich, immer ein bisschen was gegen ihn in der Hand zu haben. Was mein Vater da geritten hat, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht wollte er mit Investitionen erstmal vorsichtig sein, bevor er wusste, welche Dividende sie brächten. Ein gewisser Pragmatismus war immer eine ausgeprägte Eigenschaft unserer Sippe. Übrigens trafen sich die beiden in den folgenden Wochen ziemlich oft und besuchten auch diverse Male das Union-Theater. Ich kann Ihnen aber versichern, dass ich meine Existenz nicht der letzten Reihe verdanke. Wie ich andernorts schon mal ausgeführt habe, nannte mein Vater mich nie ein Kinokind, sondern immer ein Haldenkind. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Onkel Josef und Tante Henni Staying Power Onkel Josef und Tante Henni haben es bis zur diamantenen Hochzeit geschafft. Wie sie da auf dem Sofa saßen, Tante Henni Mitte 80, Onkel Josef schon fast 90, und die Frau von der Lokalzeitung ihr Foto machte, Da sahen sie aus, als sei ihr Erfolgsgeheimnis tatsächlich ewige Liebe, gegenseitiger Respekt und die instinktive Anwendung komplexer Konfliktbewältigungsstrategien. Dabei steckt dahinter eher das, was Darsteller in Erotikfilmen Staying Power nennen. Auch überkommene Rollenverhältnisse und, zum richtigen Zeitpunkt, die Bereitschaft zur schlagkräftigen Verteidigung der eingespielten Formation waren hilfreich, um diesen 60. Hochzeitstag gemeinsam zu erreichen. Und dass keiner von beiden vorher gestorben ist, war natürlich auch gut. Auf meine Frage, wie sie beide so lange durchgehalten hätten, zuckte Onkel Josef nur die Schultern. Naja, mit einer anderen wäre auch nie besser. Und da gab es nie irgendwelche Geschichten nebenher? Ach, da macht doch nur Ärger. Weißt du, da kommt doch immer irgendwann raus. Da hast du ja wochenlang das Gemecker und Gezeter. Das bringt doch alles nix. Und mit einem Blick auf die attraktive Fotografin fuhr er fort. Ich bin fast 90. Wenn ich der da in den Hintern packe, lacht die und sagt, was ist das für ein rüstigen alten Herrn? Und wenn mich anstrengen würde, könnte bei der noch richtig landen. Und dann? Dann kann ich mir erst mal mein Butterbrotabend selber machen. Naja, das lohnt nicht. Wenn man Tante Henni fragte, was sie an ihrem Josef schätzt, erzählte sie immer die Geschichte von den Fußballfans. Onkel Josef und Tante Henni betrieben eine Selterbude in der Nähe des Stadions, wo an Spieltagen natürlich immer Hochbetrieb war, da sich die Fans vor dem Spiel gern noch ein bisschen preiswertes Flaschenbier zuführten. Da regierte dann die große Klappe und wenn gegnerische Fans auf Einheimische trafen, konnte es ziemlich zur Sache gehen. Und wir? Immer Logenplatz, meinte Tante Henni. Da war immer was geboten. Einmal aber wurde eine Grenze überschritten. Knalle voll kamen die Fans vom Stadion zurück und einige randalierten. Ich weiß gar nicht, ob wir gewonnen hatten oder verloren, ist auch egal, erinnerte sich Tante Henni. Jedenfalls kommen da die vier Säge an und pöbeln, was ich so doof gucken würde aus meinem Fenster. Und ich denke, sag mal besser nix, dann gehen die weiter, das sind vier, die werden sich nicht an eine alte Frau vergreifen. Aber da kommt der eine an, bestimmt 1,90 und sagt, wieso ich nicht antworten würde. Und ich sage, auf so eine bescheuerten Fragen gibt es keine Antwort. Aber das war dann auch wieder nicht richtig. Jedenfalls fängt er an vorwegen alte Schachtel und, naja, er hat was anders gesagt, aber du wirst nicht erleben, dass ich das in den Mund nehme, Junge. Und dann holt er aus mit seiner Bierpulle und kippt mir das Bier ins Gesicht. Der Josef sitzt hinten und hört mich schreien. Und auf einmal schießt er nach vorne und aus der Tür raus und nimmt sich die vier vor. Zack, beim ersten gleich mitten rein ins Vergnügen. Der fällt um und hält sich die Nase. Dem zweiten einer aufs Ohr, dem dritten in den Arsch getreten, da schrie der vierte schon an seine Mama. Onkel Josef hörte die Geschichte nicht ohne Stolz. Immerhin war er zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung schon Mitte siebzig. So etwas kann man sich nicht gefallen lassen, sagte er, wenn auch nicht mit diesen Worten. Eher mit diesen. Wer meine Olle anpackt, krieg auf die Fresse. Altes Gesetz. Groteskerweise erstatteten die vier Opfer Anzeige und Onkel Josef wurde vor Gericht gezerrt. In der ersten Instanz habe ich verloren, knurrte er. Der Richter war so ein Grüner. Aber in der zweiten Instanz habe ich Recht gekriegt. Nicht zuletzt deshalb, weil da unter Vorsitz einer Richterin verhandelt wurde. Und Frauen haben für vieles Verständnis, solange es aus Liebe geschieht. Drei Jahre nach der Diamantinnen-Hochzeit starb Tante Henny. Onkel Josef folgte ihr nur sechs Monate später. Saubere Unterwäsche Und dann war da noch Tante Martha, von allen nur Tante Matta genannt, weil der Ruhrgebietsmensch das R mitten im Wort nicht gerne spricht. Tante Matta hat sich immer Sorgen gemacht und damit dummerweise nicht hinterm Berg gehalten. Ich mach mir so Sorgen um den Onkel Josef, sagte sie mal zu mir. Findest du nicht, dass er ein bisschen zu viel trinkt? Vom Alter her war ich nicht mal zweistellig, von daher konnte ich nicht beurteilen, wie viel zu viel war. Heute würde ich die Frage eindeutig bejahen. Schließlich habe ich ihn auf Geburtstagen manchmal schon mittags Kornkippen sehen. Ich mach mir so Sorgen um den Rüdiger, sagte sie ein anderes Mal, dass der auf die schiefe Bahn gerät. Rüdiger war ein entfernter Cousin, der immer günstig Autoradios, Stereoanlagen und Fernseher auf Lager hatte. Sehr günstig. Original verpackt. Die Bahn, auf der Rüdiger unterwegs war, schief zu nennen, war eine spektakuläre Untertreibung. Am meisten machte sich Tante Matta aber Sorgen, man könne keine saubere Unterwäsche anhaben. Saubere Unterwäsche war für sie ein riesiges Thema. Stell dir mal vor, sagte Tante Matta gern, du musst plötzlich zum Arzt. Na klar, man kennt das ja. Man geht gut gelaunt, die Fußgängerzone hinunter, schlägt sich unvermittelt mit der flachen Hand vor die Stirn und ruft aus, Mensch, ich muss plötzlich zum Arzt. Und der behandelt einen dann nicht, weil man keine saubere Unterhose anhat. Oder man hat einen Autounfall, liegt blutüberströmt im Straßengarben, kann aber ganz locker bleiben, weil man kurz vor Fahrtantritt noch schnell die frische Unterwäsche angezogen hat. Und der Sanitäter ruft, hey, lass den da hinten abnippeln, der hier hat ganz tolle, saubere Unterwäsche an. Da wird man Tante Matta dann dankbar sein. Noch als ich erwachsen war, eine eigene Wohnung bewohnte und für meine Kleiderordnung und Körperhygiene selbst zuständig war, rief Tante Matta manchmal an, sagte nicht, guten Tag, wie geht's dir, mein Junge, sondern als erstes, hast du sauberes Unterzeug an? Unterzeug, das Wort kam aus der Mode, als Stresemann Reichskanzler war. Was glaubte sie denn, dass ich gebrauchte Damenschlüpfer trug? Kann sie unmöglich erfahren haben. Bei Frauen reichte Tante Matta die Unterwäsche nicht. Frauen mussten sich im Gegensatz zu Männern auch regelmäßig waschen. Weißt du, ein herber Geruch hat noch keinem Mann geschadet. Aber bei einer Frau ist sowas doch sehr unangenehm. Ich vermute noch heute, dass Tante Matta die einzige Frau in unserer Familie war, die sich die Achselhöhlen rasiert hat. Heimlich. Eine Frau hatte für Tante Matta nicht nur sauber zu sein, sondern reinlich. Einmal verwickelte sie mich in ein Gespräch über meine damalige Freundin. Und, wollte Tante Matta wissen. Ist sie reinlich? Riecht sie gut? Sie riecht toll, Tante Matta. Und du solltest ihre Unterwäsche sehen. Und, was ist mit ihrem Klo? Tante Matta war glühende Verfechterin der These, wer ein schmutziges Klo habe, der habe auch einen verdorbenen Charakter. Das ist bei mir haften geblieben. Noch heute suche ich bei fremden Leuten zuerst das Bad auf und untersuche die Kloschüssel. Ich sehe mir besonders die Schrauben an, mit denen die Schüssel im Boden verankert ist. Denn dort sitzt der Staub. Das ist ein Paradies für Staub. Und man kriegt ihn nur weg, wenn man das Klo wirklich gewissenhaft putzt. Ich gehe auf die Knie, untersuche die Schrauben und entscheide erst dann, ob ich diesen Leuten das Du anbiete. So habe ich von Tante Matta doch noch was Praktisches fürs Leben gelernt. Und wenn ich auf Reisen bin, habe ich immer eine Unterhose mehr dabei als nötig. Helden Wenn ich nicht mehr weiter weiß, fahre ich in Bochum die Allee-Straße statt auswärts, biege vorbei an dem Gelände City West, wo auch die Jahrhunderthalle steht, oben am Hochhaus der Krupp-Verwaltung links ab in die Kohlenstraße, dann vorbei an den Resten des ehemaligen Häusner-Viertels wieder rechts, wo sich neben dem Ascheplatz des SV Germania die Kleingartenanlage Engelsburg e.V. erstreckt. Ich gehe zu Theo, dem alten Gartennachbarn meiner Eltern, weil Theo in seinem grauen Hausmeisterkittel alles weiß. Wann man die Rosen beschneidet und die Tulpenzwiebeln in die Erde bringt, wer die nächste Wahl gewinnt und wieso Deutschland nicht Weltmeister wird. Letzteres hat er mir schon letztes Mal erzählt und seine Begründung war abenteuerlich. Die werden nicht Weltmeister, weil ich das dumme Gelaber nicht mehr hören kann. Was hat das denn damit zu tun, wollte ich wissen. Aber hör doch auf, machte Theo weiter. Die einen labern rum, als wären sie schon Weltmeister und die anderen tun so, als wäre das unmöglich. Ich kann das nicht mehr hören, ehrlich. Jetzt backen sich eine fort, weil sie ein paar Spiele in den Sand gesetzt haben. Aber früher haben die auch 80% Scheiße gespielt. Das will nur heute keiner mehr wissen. Und dann wurde es wirklich wichtig, was ich daran erkannte, dass Theo ins Hochdeutsche wechselte oder es wenigstens versuchte. Der deutsche Fußball war dem Südamerikanischen schon immer unterlegen. Wir gewinnen nicht, weil wir gut sind, sondern weil die Samba-Tänzer einen schlechten Tag haben. Und in den letzten Jahren haben wir auch noch den Anschluss an die anderen verpasst. Heute suche ich Theo auf, weil ich wissen will, wie es in Deutschland um das Thema Helden bestellt ist. Theo frage ich, wer war der letzte deutsche Held? Theo nimmt einen Schluck Gründerhell aus der Flasche und sagt, Sechfried und rülpst. Danach nur noch Durchschnitt. Aber im Fußball haben wir doch immer Helden gehabt, oder? Die 54er Mannschaft, die von 72. Und dann so Leute wie Kuzora, oder? Junge, du hast doch keine Ahnung. Held wirst du nur, wenn die anderen dich dazu machen. Du kannst dir einfach sagen, so, jetzt habe ich das und das gemacht, das war heldenhaft, jetzt bin ich ein Held. Was nützt es dir, wenn du 20 Waisenkinder aus dem brennenden Haus rettest und keiner kriegt es mit und kann davon erzählen? Aber beim Fußball, da kriegt es doch jeder mit, vor allem, seit es Fernsehen gibt. Ach, geh doch weg. Ich will dir mal was erzählen. Da war so einer aus der 54er Mannschaft, ich weiß der mehr wer. Keiner von die Walters, nicht der Boss und nicht der Turek, ich weiß jetzt nicht mehr. Jedenfalls war der in den Jahren nach seiner aktiven Laufbahn so ein bisschen ins Schleudern gekommen, was das richtige Leben angeht. Und 74 wollte der zum Endspiel kommen, hat an den DFB geschrieben, ob er ein paar Karten haben kann. Und die haben sie ihm auch geschickt. Und weißt du, was sie ihm noch geschickt haben? Eine Rechnung. So sieht das aus in Deutschland mit Helden. Ist es denn woanders besser? Guck mal, Junge, da ist ja kürzlich in England der George Best gestorben, der alte Verbrecher. Du weißt doch, was dem sein Wahlspruch war, oder? Ich habe in meinem Leben einen Haufen Geld für Frauen, Alkohol und teure Autos ausgegeben. Den Rest habe ich sinnlos verprasst. Genau. Und als der beerdigt wurde in Belfast. Genau. Und als der Leichenwagen durch die Stadt fuhr, da standen Tausende von Leuten an der Straße und haben geklatscht und Charles in seine alte Vereinsfarben auf das Auto geworfen. Ich erinnere mich. Nicht weniger als 100.000 Menschen waren auf den Beinen und machten diese Beisetzung zu einer der größten in der Geschichte Großbritanniens. Und als der Maradona, das alte Drogenwrack, in Buenos Aires im Krankenhaus lag, da zog sich die Schlange der Leute, die wissen wollte, was los ist, um zehn Häuserblocks oder so. Weißt du, was los wäre, wenn bei uns der Beckenbauer in München in der Klinik liegen würde? Da standen unten nur ein paar Plagen und würden Alimente schreien. Jetzt hat Theo sich in Rage geredet, was unweigerlich einen Jägermeister zur Beruhigung nach sich zieht. Er starrt auf das geleerte Glas und murmelt, ich trinke Jägermeister, weil ich bescheuert bin. Dann zupft er sich den Kittel zurecht und macht weiter. Und unsere? Früher waren Fußballspieler bisschen blöd in der Birne, aber was sollen die auch labern können? Die Bude sollen sie machen. Heute haben sie alle drei Rhetorikseminare hinter sich und hören sich an, als wäre ihnen alles scheißegal. Aber die Leute sind auch doof. Die Zuschauer meine ich. Die wollen immer nur wissen, was einer verdient. Weißt du, das ist mir doch scheißegal, ob der Kahn sechs Millionen im Jahr kriegt. Soll er doch, wenn er die Kugel festhält. Der feuert keine 10.000 Leute und packt keine kleinen Kinder an. Also was soll das? Was ist das? Theo als Vorsitzender des Olli-Kahn-Fanclubs? Aber ein Held ist er deswegen noch lange nicht.